oh ein profi na das wird schwer hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen runde rocket league alleine mit viele weil da muss auch mal sein oder würde ich auch ja genau wir spielen ich hoffe die runde gefallen wenn ja lasst eine positive werdung da und mehr gibt es noch nichts zu sagen oder tschüss